kreuz bist du kreis ich bin einfach mal kreuz ich setze mitte leuchtet wie geil es leuchtet ja im kreuz cool und jetzt müssen wir spieler wechsel drücken nein dann musst du nicht das ist nur falls das dingen verpackt ist so ok dann werde ich da oben hin links oben ne ach kreis kreis hat man doch einfach alle außenrum machen können und nicht so ein komisches dinge das ist eher ein kabel amok ein kabel amok ja meinte ich ja mit vier Ecke mit kabel amok dann setze ich um hier links es funktioniert aber gut das bestimmte menge arbeit na du bist gemein wer hätte erwartet dass du den stein dahin sitzt mhm okay und das wird nur unentschieden kann ich jetzt ja schon sagen eigentlich können wir eigentlich resetten ja reset funktioniert 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 ok warte warte nicht drücken nicht drücken weil da kann ich spieler wechsel machen ja und jetzt kannst du mit kreis anfangen ok links oben dann mache ich wieder die mitte das ist jetzt schwer ja ich habe gewonnen na komm machen wir es so verdammt jetzt habe ich zweimal gewonnen theoretisch ich könnte nicht verdammt ich will unentschieden spielen dann haben wir beide nämlich gewonnen ja ja gut aber da will ich auch sagen was das von adventure mit wir haben unseren hässlichen sohn gefunden ja ich denke mal das war es oder steht da ich will dieses tiktoktober nur so ein bonus dicken ja denke ich auch weil ich würde einfach mal sagen das war es von der map was geben für eine note ich fand es auch sehr viel arbeit ja das tiktoktober natürlich viel 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 arbeit gekostet haben das waren drin am anfang das rätsel die todesdisco das quiz das warst du da baulich auch schon es war nicht lange das war auch nicht so viel das tiktoktober beendet aber viele bonuspunkte so so außer der und die story zu tun das tiktoktober ja klar ich würde sagen einfach so zwei bis drei weil es war jetzt auch nicht so lang dann mit zwei bis drei ja aber eine gute zwei bis drei das tendiert dann eher zu zwei ok dann würde ich sagen was ist man dieser folge ich hoffe es hat euch wie immer gefallen und ich sag einfach mal so vielen fürs zu sehen und bis zum mein katz mein katz ok bis zum nächsten mal ja tschau